Heute gucken wir uns fünf Funktionen an, mit denen ihr in JavaScript besser mit Arrays arbeiten könnt. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute geht es um JavaScript Arrays und das Ganze ist ziemlich wichtig. Jeder von euch wird in seinem Leben irgendwann mal mit JavaScript und Arrays arbeiten müssen. Manchmal eher, manchmal ein bisschen später, aber es wird euch zu 100% begegnen. Und wir gucken uns deswegen fünf wichtige Funktionen an, um mit JavaScript Arrays oder Arrays im Allgemeinen besser und einfacher arbeiten zu können. Diese Funktionen sind nicht wirklich schwer und sind wirklich an die Beginner unter euch gerichtet. Viele, die schon länger dabei sind, werden diese Funktionen zu 100% schon mal gesehen oder auch benutzt haben. Ansonsten, wenn ihr Fragen oder Probleme habt, ganz oben in der Videobeschreibung findet ihr wie immer einen Link zu Discord. Dort könnt ihr der Community join, Fragen stellen, Fragen beantworten, euch mit Gleichgesinnten austauschen. Und ansonsten, ja, gucken wir jetzt mal, wie wir besser mit Arrays arbeiten können. Los geht's! So und los geht's mit unserer ersten Funktion. Ihr seht hier ein Array. Dieser Array besteht aus verschiedenen Nummern. Das Ganze ist nicht wirklich kompliziert. Es können natürlich auch Objekte sein. Es können Strings sein. Die Funktionen, die wir jetzt benutzen werden, nämlich Every, kann all diese Datentypen abdecken. Das ist relativ egal. Aber was wollen wir hier machen? Unser Ziel ist es, eine Funktion zu schreiben oder eine Funktionalität zu schreiben, die überprüft, ob jeder einzelne Wert in diesem Array am Ende einer bestimmten Condition entspricht oder nicht. Also wir wollen überprüfen, ob jeder einzelne dieser Werte beispielsweise kleiner ist als 100. Das ist das Ziel. Und dazu brauchen wir eine Condition. Das könnten wir jetzt lösen, indem wir beispielsweise sagen, Array Punkt und dann for each. Und dann gehen wir hier durch die verschiedenen Geschichten durch. Oder wir machen das direkt mit einer for loop. Das ist alles nicht wirklich elegant, weil JavaScript bietet uns hier die Möglichkeit, mit Every eine Funktion aufzurufen, die das für uns tut. Also die uns am Ende ein Boolean zurückgibt, ob etwas true oder false ist, in dem gesamten Array. Und um das aufzurufen, brauchen wir jetzt natürlich eine Condition. Das könnten wir direkt dort reinschreiben in Every, aber es ist eleganter, das einfach in einer eigenen kleinen Funktion auszulagern. Ich nenne diese Funktion jetzt einfach Condition und rufe die hier auf. Und das ist einfach eine Arrow Function, die uns am Ende etwas returnen wird. Und die rufe ich hier unten auf. In diesem Fall returnet uns unsere Every Funktion natürlich noch nicht wirklich irgendwas, sondern wir kriegen hier false zurück, weil in unserem Array unsere Condition natürlich noch überhaupt nichts macht. Die ist ja noch komplett leer. Um jetzt in dieser Condition-Funktion irgendetwas zu machen, bekommen wir von unserer Every Funktion einige Properties mitgegeben. Nämlich einmal unser Element, also zum Beispiel beim ersten Durchlauf unsere 5, beim zweiten Durchlauf unsere 2, beim dritten Durchlauf unsere 3 und so weiter. Dann den aktuellen Index unseres Elements, also bei der 5 0, bei der 2 1, bei der 3 2 und so weiter. Und wir bekommen am Ende auch noch unseren gesamten Array. Also wir haben innerhalb unserer Condition-Funktion quasi die Möglichkeit, auf diese drei Properties zuzugreifen. Und in unserem Fall wollen wir hier am Ende return ist unser Element, was wir gerade angucken, kleiner 100. Und sofern das passiert, was ja bei jedem unserer Values hier oben gegeben ist, bekommen wir hier unten true zurück. Also unser Array.Array mit unserer Condition erfüllt quasi alle Bedingungen und ist daher true. Wenn wir jetzt sagen, wir wollen überprüfen, ob jede Zahl kleiner 50 ist, bekommen wir hier false zurück, weil hier eine 52 steht. Die 52 ist natürlich nicht kleiner als 50 und daher entspricht nicht jeder Wert in dem Array unserer Condition und daher returned every year false. Damit kann man also relativ einfach so etwas wie Filter oder andere Funktionalitäten ermöglichen, wenn man wirklich eine Condition auf jeden Wert in einem Array anwenden möchte. Natürlich gibt es auch den Use Case, dass man das nicht auf jeden Wert in dem Array angucken möchte und deswegen gucken wir uns jetzt eine weitere Funktion an. Unsere zweite Funktion, wie gerade schon beschrieben, deckt nämlich den Use Case ab, dass wir nur überprüfen wollen, ob ein Wert oder ein paar Werte in einem Array unserer Condition entsprechen. In unserem Fall haben wir hier einen typischen Anwendungsfall. Wir haben hier ein Array aus verschiedenen Rollen, beispielsweise von einem Nutzer und unser Nutzer hat die Rolle Admin und die Rolle Moderator. Und wir wollen jetzt überprüfen, ob unser Nutzer die Rolle Admin hat und wenn er diese Rolle hat, dann soll unsere Funktion true return. Das würde bei every natürlich nicht funktionieren, weil wir ja nicht jeden Wert, also nicht jedes Value in unserem Array ist Admin, sondern wir haben ja auch noch Moderator. Deswegen sagen wir jetzt als erstes auch wieder hier, wir haben eine Condition Condition und diese Condition ist genauso aufgebaut wie die Condition gerade. Auch hier bekommen wir dieselben drei Properties mitgegeben, also auch hier ist unsere Condition, bekommt die Properties Element, das ist unser aktuelles Element, dann den Index unseres aktuellen Elementes und dann natürlich den Array. Auch hier können wir jetzt sagen, okay, wir haben Console.log, haben hier unseren Roles Array und sagen hier Sum. In diesem Fall wenden wir jetzt auch bei Sum unsere Condition an und bekommen hier ebenfalls False, weil wir machen hier oben noch nichts. In diesem Fall wollen wir jetzt hier überprüfen, ob unsere Funktion, also ob unser User, den wir überprüfen möchten, die Rolle Admin hat. Also sagen wir return Element und vergleichen das zum Beispiel mit Admin. In diesem Fall bekommen wir hier true zurück, weil Admin Teil unseres Erases ist. Wenn wir jetzt beispielsweise überprüfen wollen, ob unser Nutzer zum Beispiel SuperAdmin ist, dann würden wir False zurückbekommen, weil SuperAdmin nicht in diesem Array auftaucht und so kann man zum Beispiel so eine Rollenabfrage, aber auch ganz andere Use Cases sehr einfach abdecken, wenn man nur kontrollieren möchte, taucht irgendwas in dem Array auf, was unserer Condition entspricht. Wenn ja, return true. Wenn nein, return false. Und so kann man halt solche Use Cases wunderbar abdecken. Viele von euch arbeitenden Agenturen sind selbstständig oder stehen kurz vor der Selbstständigkeit und deswegen freue ich mich, euch heute den Sponsor dieses Videos vorstellen zu können, und zwar Aionos und hier das Agenturen-Partner-Portal. Dieses Agenturen-Partner-Portal ermöglicht es euch, Verträge von Kunden zu managen, aber auch neue Kunden zu generieren und wie das Ganze funktioniert, gucken wir uns jetzt mal an. Los geht's! Angekommen auf der Webseite finden wir hier oben auch schon Partnerprogramme, hier das Agenturen-Partner-Programm, wo wir auch schon alle Informationen sehen. Wir stellen uns hier aber mal direkt einen Account, ich habe das natürlich schon gemacht, deswegen logge ich mich hier einfach mal kurz ein. Angekommen im Partnerportal habt ihr die wohl wichtigste Funktion direkt hier oben, nämlich Kundenprojekte und Anfragen. Was sich denn da versteckt, gucken wir uns jetzt mal an. Prinzipiell legen wir als erstes einen Kunden an, das geht sehr schnell, ihr müsst hier nur einige Informationen reinschreiben zu euren Kunden, wie Anredename, dann natürlich aber auch Vor- und Nachname des Ansprechpartners beispielsweise und eine Telefonnummer, in unserem Fall ist die geschäftlich. Natürlich darf eine E-Mail-Adresse nicht fehlen, auch diese ist geschäftlich und ich kann das Ganze schon anlegen. Das Interessante ist aber hier oben kein umständliches Passwortmanagement mehr. Jeder von euch kennt es, wenn man viele Kundenseiten verwaltet, habt ihr eine Menge verschiedener Webspaces und Aionis ermöglicht es euch hier direkt auf die Verträge und Passwörter eurer Kunden zugreifen zu können. Grundsätzlich bietet es aber auch eine weitere Möglichkeit, nämlich neue Projekte anzulegen. Wir sehen dann hier schon unser Projekt und ich füge jetzt einfach mal meine neue Webseite hinzu. In dem Moment wähle ich jetzt auch hier Deploy Now aus, wenn ihr wissen wollt, was Deploy Now ist und in der Videobeschreibung ist dazu ebenfalls ein Link. Ansonsten sehen wir jetzt hier eine kleine Preview unseres Projektes, das möchte ich jetzt gerne hinzufügen und in dem Moment sehe ich hier alle interessanten Informationen zu diesem Projekt. Vergessen darf man aber nicht die Funktion hier oben. Ihr könnt dieses Projekt im Partnernetzwerk veröffentlichen, aber was genau ist das Partnernetzwerk? Aionis verwaltet aktuell 12 Millionen Domains, 8 Millionen Kundenverträge und 90.000 Server weltweit. Dazu habt ihr die Möglichkeit, über das Partnerportal direkt gefunden zu werden. Die Kunden von Aionis können euch finden und das könnt ihr über euren Partnernetzwerkeintrag editieren. Auf dem Dashboard habt ihr hier unten die Möglichkeit, das Partnernetzwerk zu bearbeiten. Hier seht ihr schon, ihr habt jede Menge Möglichkeit, Kontaktinformationen, euer Logo, aber auch Skills zu hinterlegen. Vor allem die Skills sind sehr wichtig. Wir müssen das jetzt nur noch bereitstellen, sodass wir gefunden werden können und in dem Moment steht euch die Welt von Aionis offen und ihr könnt über das Partnernetzwerk entdeckt werden. Natürlich findet ihr alle wichtigen Links unten in der Videobeschreibung, um möglichst einfach selbst ein Profil anlegen zu können. Aber jetzt geht es erstmal weiter mit dem Video. Auf geht's! So, die dritte Funktion, die wir uns angucken, ist Phil. Auch hier haben wir wieder einfach ein Array, der aus verschiedenen Nummern besteht und wir würden jetzt gerne die ersten zwei Werte, also 5 und 2, diese beiden Values, würden wir jetzt gerne einfach mit 0 ersetzen. Wir könnten jetzt hingehen und das Ganze einfach ansprechen, indem wir sagen, Array und sagen hier, beim Index 0 würden wir gerne 0 einsetzen und wenn wir jetzt hier unseren Array loggen, dann bekommen wir hier natürlich den Wert zurückgegeben mit 0. Das funktioniert wunderbar, das können wir jetzt auch noch weitermachen. Zum Beispiel beim Index 1 wollen wir auch noch die 0 einfügen und ihr seht, unser Array wird angepasst. Das ist natürlich bei zwei Werten kein Problem, wenn man jetzt aber von 50 Werten redet oder noch von viel, viel mehr Werten, dann wird es irgendwann problematisch und das hier ist nicht wirklich eine elegante Lösung. Das könnten wir auch mit einer For-Loop lösen, aber wir haben auch die Möglichkeit von JavaScript das mit einer einzigen Zeile zu lösen, nämlich sagen wir Array.Fill. Jetzt definieren wir den Wert, den wir setzen wollen, zum Beispiel null, also in diesem Fall einfach null, dann sagen wir Indexwert, wollen wir starten bei null und gehen bis Indexwert 2 und wir sehen, wir haben dasselbe Ergebnis wie gerade erzielt. Wir können hier auch hingehen und zum Beispiel sagen Array.Length. Damit setzen wir quasi den gesamten Array mit unserem Zielwert. Das kann natürlich alles Mögliche sein, in diesem Fall kann das auch True sein. Dann setzen wir hier True, wir können hier auch Objekte einsetzen oder wir können hier auch irgendeinen String einsetzen. Wir setzen also Werte in einem Array mit einem Start- und einem Zielwert. Diese Funktion ist relativ praktisch, wenn man einfach Arrays oder Bestandteile eines Arrays ersetzen möchte durch andere Werte, ohne quasi jeden einzelnen Wert ansteuern zu müssen. So, und los geht's mit unserem vierten Part. Wir sehen hier wieder unseren Array. Unser Array besteht diesmal nicht nur aus Nummern, sondern aus Nummern und Sub-Arrays. Wir haben hier nämlich zum Beispiel auf der ersten Position ein Sub-Array der ersten Stufe, also der ersten Tiefe, dann haben wir hier ein Sub-Array der zweiten Tiefe und hier haben wir noch einen dritten Sub-Array und das geht natürlich endlos weiter. Man könnte jetzt einfach mit normalen JavaScript Loops hier durchgehen und quasi diesen Array zu einem neuen flachgeklopften Array überführen, aber wir können auch einfach hingehen und sagen, wir wollen console.log, um uns das Ergebnis auszugeben und sagen hier Array.flat. Mehr müssen wir gar nicht machen, das ist per Default in JavaScript und wir sehen hier schon, standardmäßig sprechen wir die Tiefe 1 aus, also er entfernt eine Ebene, in diesem Fall seht ihr hier, wir haben hier vorne nur noch zwei Ebenen, obwohl hier drei Ebenen vorhanden sind. Wir können die Tiefe natürlich modifizieren, jetzt hat er die zweite Ebene auch noch flachgeklopft und jetzt haben wir komplett alle Ebenen in unserem Array flachgeklopft. Prinzipiell steht ihr jetzt aber vor einem eventuellen Problem. Und zwar, was ist, wenn ihr nicht wisst, wie tief euer Array nested sein kann, also was ist, wenn ihr 50 Ebenen habt, dann bietet euch ein Framework, beziehungsweise eine Library, kein Framework, wie Lodash eine Möglichkeit, mit flattened deep genau das abzufangen. Also wir können hingehen und sagen flattened deep und geben hier unseren Array rein und flattened deep übernimmt das für uns und klopft das komplett alles flach. Das ist extrem praktisch und er spart euch eine Menge Probleme. Allerdings würde ich hier aufpassen, Lodash ist zwar extrem weit verbreitet und ziemlich problemlos überall einzuwenden, aber hat euer Array wirklich kein Maximum? Hier solltet ihr euch diese Frage immer beantworten, ist es wirklich so, dass mein Array keine maximale Tiefe hat? Wenn ja, warum? Und macht das wirklich Sinn, dass es keine maximale Tiefe gibt? Und wenn es keinen Sinn macht, dass es eine maximale Tiefe gibt, dann würde ich empfehlen, einfach mit flattened deep zu gehen. Ansonsten würde ich eine maximale Tiefe definieren und danach mit einfach .flat arbeiten, weil dann kann man auf diese JavaScript-Library Lodash einfach verzichten und sich ein bisschen Arbeit und Probleme und Abhängigkeiten sparen. So, die letzte Funktion, die wir uns heute angucken werden, ist reduce. Und reduce hat eine Möglichkeit, auch wieder über den gesamten Array zu gehen. Also wir sagen jetzt hier wieder console.log, Array.reduce. Und in dem Moment kriegen wir natürlich noch undefined zurück, weil auch reduce besteht aus oder braucht von uns einige Informationen. Nämlich einen sogenannten Callback, in unserem Fall nenne ich den Callback sumUp. Den werden wir gleich noch definieren und starten standardmäßig bei 0. Wie gesagt, müssen wir unseren Callback sumUp jetzt noch definieren. Das ist einfach eine Funktion und diese Funktion ist aktuell leer. Wir kriegen hier undefined zurück, funktioniert also wunderbar theoretisch. Praktisch gesehen müssen wir hier natürlich noch ein bisschen was editieren, damit das wirklich alles funktioniert. Unsere SumUp-Funktion erwartet standardmäßig vier Werte von uns. Also vier Werte werden an diese Callback-Funktion übermittelt, nämlich einmal PreviousValue, CurrentValue, CurrentIndex und den Array. Okay, das grundsätzliche Vorgehen von reduce ist nämlich, okay, wir starten bei einem InitialValue, in unserem Fall 0. Das wird bei dem ersten Aufruf unseres Callbacks sumUp als PreviousValue gesetzt. Also wenn wir hier zum Beispiel unser PreviousValue anfragen, console.log, dann sehen wir, okay, das Ganze ist 0. Und in einem weiteren Durchgang ist es quasi undefined, weil wir noch nichts returnen. Das Ziel ist nämlich, dass unser Callback immer unser PreviousValue beispielsweise in diesem Fall returned oder auch hier unser CurrentValue returned und damit irgendwas macht. Das wohl beste Beispiel ist wie hier SumUp. Wir wollen etwas aufsummieren. Wir wollen alle Werte, alle Nummern hier oben in unserem Array aufsummieren zu einer großen Summe. Dazu sagen wir einfach, okay, wir wollen unser PreviousValue plus unser aktuell CurrentValue rechnen. Das hier können wir löschen und sehen jetzt hier, okay, beim ersten Durchlauf ist es 5, beim zweiten Durchlauf ist es 0, beim zweiten Durchlauf ist es 5, beim dritten Durchlauf 7, weil wir quasi 5 plus 2 plus 3 plus 5 plus 22 plus 12 und am Ende kommt dabei ein Ergebnis raus, wenn wir das hier rauslöschen von 112. Wir können das natürlich modifizieren und hier zum Beispiel sagen, wir wollen initial bei 25 starten und haben hier jetzt 137, weil wir halt die Summe unseres Arrays plus 25 definiert haben. Das ist so der Standard-Use-Case von I'm Reduce, aber es gibt natürlich noch andere Use-Cases, die ein bisschen praktisch bezogener sind. Zum Beispiel haben wir ein Array von Products. Wir haben hier mal einen Namen, Product1 mit einem Preis. Und wir wollen hier auch, wie gerade eben, einfach unsere Produkte, unser Preis unserer Produkte aufsummieren, zum Beispiel in einem Warenkorb. Dazu sage ich hier jetzt einfach Console.log und rufe auch wieder Product.reduce auf und habe hier ein Callback namens SumUpPrices. Das müssen wir natürlich auch definieren. SumUpPrices ist wieder eine Funktion und diese Funktion ist aktuell noch leer und die erwartet natürlich auch, wie gerade, einfach unsere vier Properties, nämlich auch wieder PreviousValue, CurrentValue, CurrentIndex und den Array. Ansonsten, was können wir hier drin jetzt machen? Wir können hier drin auch Conditions anwenden. Zum Beispiel können wir sagen, wenn unser CurrentValue zum Beispiel den Preis, der Preis ist kleiner als 50, dann wollen wir zum Beispiel etwas machen, zum Beispiel Return PreviousValue. Also dann wollen wir unsere Aufsummierung nicht durchführen, wenn unser CurrentValue aber einen Preis größer 50 hat, dann würden wir gerne unser PreviousValue nehmen und hier bitte gerne unser CurrentValue und dann nicht CurrentValue, sondern hier unser Preis unseres CurrentValues drauf addieren. In dem Moment haben wir hier, ich muss hier meinen Absatz reinmachen, damit man das auch korrekt sieht, haben wir quasi nur die beiden Werte 100 und hier 55 aufaddiert, wie ihr seht, 155, ignorieren aber diese beiden und, warte, dieses und diese beiden Werte unseres Arrays. Wenn ich hier jetzt sagen würde 20, würden wir auch noch diese beiden Werte mit drauf addieren und würden nur 15 ignorieren. Ein guter Use Case ist hier zum Beispiel zu kontrollieren, ob in meinem Warenkorb Produkte wirklich hinzugefügt sind oder für später gemerkt sind, dann könnte man mit dieser SumUp bzw. mit der Reduce-Funktion relativ einfach Preise aufsummieren von bestimmten Kategorien, zum Beispiel ist im Warenkorb oder ist vorgemerkt und solchen Geschichten. Deswegen ist diese Reduce-Funktion sehr, sehr praktisch. Man sieht immer häufiger, dass die Reduce-Funktion auch für ganz andere Use Cases eingesetzt wird, zum Beispiel zu den zu Beginn beschriebenen Use Cases für Every und Sum. Hier muss ich aber empfehlen, überprüft wirklich, ob Reduce für euren Use Case die richtige Funktion ist oder ob es nicht JavaScript-Funktionen gibt, die genau das tun, was ihr wollt und nicht Reduce sind, weil das ist meistens der Fall. Reduce ist wirklich praktisch, wenn ihr irgendwas im Array aufsummieren wollt zu einem finalen Value und nicht, wenn ihr irgendwelche Conditions auf den Array anwenden möchtet. Dafür gibt es, wie gesagt, so etwas wie Sum, so etwas wie Every und noch einige andere, die es auch noch gibt. So, das war's wieder für diese Woche. Wer euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen oder Probleme habt, findet ihr dort auch jede Menge Social-Media-Links, wo ihr mich erreichen könnt, aber wo ihr auch jede Menge Affiliate und andere Partnerseiten findet, wo ihr diese Channel supporten könnt. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao. Z1 2 3 5 Untertitelung des ZDF, 2020